Southern Island ist die größte unbewohnte Insel der Erde. Aufgrund seiner topografischen Ähnlichkeit zur Mondoberfläche interessieren sich vor allem Weltraumorganisationen für das nur knapp 1000 Kilometer vom Nordpol entfernt gelegene Karge Island. Letzte Station in der Zivilisation ist Resolute Bay. Die Inuit-Stadt ist der nördlichste Versorgungspunkt auf dem Weg zum Pol. Ab hier wird jede Reise zum Abenteuer. Von hier aus fliegen die Wissenschaftler auf die Insel, um das Team von Pascal Lee, das bereits vor Ort ist, zu verstärken. Charles Frankel wird in die Rolle eines Mondgeologen schlüpfen. Während seines dreiwöchigen Aufenthalts soll er testen, ob der neu entwickelte Raumanzug den Bedürfnissen der Mondforscher entspricht. Die öde und doch wunderschöne Landschaft von Devon Island kennt er bereits. Es ist sein zweiter Besuch auf diesem kleinen Stück Mond inmitten der kanadischen Arktis. Lesen bis nuggets Im Basiscamp des Horton Mars Project, kurz HMP, müssen alle mit denselben Bedingungen vorlieb nehmen. Geschlafen wird in Zelten, die direkt auf dem hartgefrorenen Boden stehen. Das Basiscamp ist sternförmig angelegt, sodass wir von einem Zelt ins andere gelangen können, ohne den Komplex zu verlassen. Die einzelnen Module gehen von einem gemeinsamen Hauptzelt ab. Nach diesem Prinzip würden wir auch eine Mond- oder Marsbasis bauen. In diesem Zelt befindet sich das Kommunikationszentrum. Über Satellit ist das Kommunikationszentrum ständig mit dem Rest der Welt verbunden. Hier findet der Datenaustausch mit der NASA statt. Bei der Simulation von Erkundungsgängen auf dem Mond übernimmt dieser Raum die Rolle der Kontrollstation auf der Erde. Andrew vertritt die NASA auf Devon Island. Seine Aufgabe ist es, darauf zu achten, dass bei den Tests sämtliche Vorgaben des Constellation-Programms genauestens eingehalten werden. Der bisher favorisierte Bauplan sieht vor, einen Außenposten an einem polaren Mondstandort zu errichten. Eventuell am Rande des Shackleton-Kraters. Und das sind also Waschraum und Dusche? Genau. Gibt es auch heißes Wasser? Klar, toll. Wir haben einen mit Propangas betriebenen Heißwasserboiler. Beruhigend zu wissen. Wir transportieren den Urin zur Entsorgung nach Resolute Bay. Allen anderen menschlichen Unrat verbrennen wir hier auf der Insel. Auf dem Mond würden wir versuchen, das Ganze in Algentanks aufzubereiten und Frischwasser daraus zu gewinnen. Dort drüben steht die Zeltstadt. Wir haben aber vor, unser Nachtquartier lieber etwas weiter entfernt vom Vorratszelt aufzuschlagen. Für den Fall, dass sich ein Eisbär hier herumtreibt. Genau, die Eisbären interessieren sich hoffentlich mehr für die Lebensmittel und weniger für uns. Bestimmt. Hier findet die medizinische Versorgung statt. Dr. Jean-Marc Comtois behandelt Camp-Mitglieder und hilft uns via Telemedizin. Die Bedingungen auf Devon Island werfen Fragen auf, die wir uns in einem Labor in Montreal oder in Paris nie gestellt hätten. Wir lernen, völlig neue Wege zu gehen. Devon Island bietet Jean-Marc die Möglichkeit, Spitzentechnologien zu erproben. Zum Beispiel muss ein Arzt in der Lage sein, von der Erde aus einen erkrankten oder verletzten Astronauten in der Mondbasis mithilfe eines ferngesteuerten Roboters zu operieren. So etwa soll die Mondbasis im Jahr 2050 aussehen. Wenn hier auf der Insel etwas fehlt, können wir nicht einfach in einen Laden gehen. Die Topografie von Devon Island ähnelt der des Mondes. Die Bedingungen hier sind ideal. Dieses Testgelände bringt uns einen guten Schritt weiter, denn damit das Projekt auf dem Mond gelingen kann, müssen wir sicher sein, dass es auch an den härtesten Orten der Erde funktioniert. Devon Island ist noch aus einem weiteren Grund das perfekte Mondmodell für die Astronauten. Denn auf der eisigen Insel liegt einer der am besten erhaltenen Meteoritenkrater der Erde. Auch die bemannte Mondbasis soll am Rande eines Kraters errichtet werden, der in seinen gewaltigen Ausmaßen dem Hortenkrater entspricht, dem Fahrziel von Pascal Lee und Charles Frankel. Wir fahren genau 10.000, das entspricht etwa 16 Kilometern pro Stunde, der Höchstgeschwindigkeit eines Mondrovers. So ähnlich muss es sein, aus dem Schatten eines Mondkraters auf seine hell erleuchtete Spitze zuzufahren. Allerdings wäre der Temperaturunterschied auf dem Mond sehr viel größer. Dort klettert das Thermometer von minus 200 Grad im Schatten auf über 100 Grad in der Sonne. Richtig. Das macht einen Temperatursprung von 300 Grad Celsius innerhalb einer Sekunde. Was soll ein Mensch da bloß anziehen? Von hier aus hast du einen guten Ausblick über die Kraterlandschaft. Der Hortenkrater misst etwa 20 Kilometer im Durchmesser. Und wissen wir, ob es ein Asteroid oder ein Kometeneinschlag war? Nein, aber es war vor etwa 39 Millionen Jahren. Und mit welcher Geschwindigkeit hat das Ding eingeschlagen? Schätzungsweise mit 15 bis 25 Kilometern pro Sekunde. Die Energie, die bei einem solchen Aufschlag freigesetzt wird, ist mit der Explosionskraft mehrerer Atombomben vergleichbar. Unter der Stoßwelle schmelzen Gesteinsbrocken und verwandeln sich in Lava. In Zehntelsekunden entsteht ein gigantischer Krater. Der Hortenkrater hat einen Durchmesser von 20 Kilometern, was, und deswegen ist es für Sie interessant, in etwa der Größe des... ...des Shackleton-Kraters entspricht. Der ist 19 Kilometer breit und liegt in unmittelbarer Nähe des lunaren Südpols. Nach Einschätzung der NASA ist er der ideale Standort für eine Mondbasis. Der Mondkrater Shackleton ist für die NASA von großem Interesse. Wegen seiner Nähe zum Südpol liegt der Grund des Kraters im Dauerschatten, während sein Rand durchgehend von der Sonne angestrahlt wird. Eine notwendige Voraussetzung für die Nutzung von Solarkollektoren. In den dunklen Tiefen des Kessels könnte zudem ein wertvolles Element lagern. Wasser in Form von Eis, das, so die Hypothese, über Kometen auf den Mond gelangt ist. Wasser zum Trinken, zum Bewässern von Pflanzen, aber auch zur Gewinnung von Sauer- und Wasserstoff. Solche Eisablagerungen, wenn es sie tatsächlich gibt, wären eine unschätzbare Ressource. Sie wären eine Sensation, denn Mondgestein ist extrem trocken. Gehen wir weiter? Okay. Heute sind Geologen für wissenschaftliche Forschungsmissionen unverzichtbar. Die Geologie gibt uns Aufschluss über die Entstehung, die Zusammensetzung und die Struktur einer Landschaft. Sie ist der Schlüssel zum Verständnis der Planetengeschichte. Felsen sind wie Bücher. Sie erzählen eine Geschichte. Für einen Geologen ist die Mondoberfläche mehr als nur Fels. Er kann darin lesen. Es war schon immer mein Traum, einmal auf den Mond zu fliegen. Deswegen wurde ich Geologe. Ich dachte mir, einen guten Raumfahrtingenieur brauchen Sie auf der Erde, aber einen guten Geologen schicken Sie auf den Mond zum Steine sammeln. Von den zwölf Männern, die bisher auf dem Mond waren, kam nur einer nicht aus der amerikanischen Armee. Harrison Schmidt. Der Geologe war der erste Wissenschaftler auf dem Mond. Unter Astrogeologen gilt seine Forschungsleistung als legendär. Er ist auch der einzige Astronaut, der auf die Gefahr hin, seine Augen zu schädigen, das Visier seines Raumanzuges hochklappte, um die Farbe der Mondoberfläche unverfälscht zu sehen. Kein Zweifel, auch bei zukünftigen Flügen zum Mond und später vielleicht zum Mars, werden die Geologen reichlich Gelegenheit haben, durch ihr Tun für Gesprächsstoff zu sorgen. Unsere beiden Ausflügler kehren ins Basiscamp zurück. Ähnlich wie auf dem Mond, stellt auch auf Devon Island die Versorgung der Crew eine der größten Herausforderungen dar. Denn auf der Insel wächst nichts und es gibt auch nichts zu kaufen. Die Logistik des Projekts ist ein strategischer Kraftakt. Aber was im Weltraum auf den Teller kommt, will gut überlegt sein. Studien haben nämlich gezeigt, dass die Qualität der Nahrung das seelische Wohlbefinden und die Leistung der Astronauten beeinflussen können. Seit geraumer Zeit tüfteln Wissenschaftler, Ingenieure und sogar Agronomen an der Lösung dieses Problems. Vor Ort frische Nahrungsmittel produzieren zu können, hätte viele Vorteile, aber die Umsetzung dieser Idee stellt die Ingenieure vor eine weitere große Herausforderung. So etwa sieht ein Gewächshaus aus, wie es einmal auf dem Mond stehen könnte. Es funktioniert autonom und wird ferngesteuert. Die Pflanzen wachsen nicht in der Erde, sondern in einer speziellen Nährstofflösung. Es ist eine Art Hydrokultur. Für ein Gewächshaus auf dem Mond spricht natürlich, dass der Anbau von Pflanzen eine positive Wirkung auf die Psyche hat. Pflanzen verbinden die Astronauten mit dem Leben auf der Erde. Es ist fast, als hätten sie ein Haustier mit im All. In derart lebensfeindlichen Umgebungen wie auf Devon Island oder auf dem Mond wird das seelische Gleichgewicht der Besucher auf eine harte Probe gestellt. Psychologen glauben, dass das Risiko, an einer Depression zu erkranken, durch den Kontakt mit Pflanzen oder Tieren deutlich sinkt. Auch Pascal hat übrigens einen Begleiter mit auf die Insel genommen. Seine Hündin Ping Pong, die ihm nicht von der Seite weicht. Das Abenteuer Weltraum und die Errichtung einer festen Mondstation wären undenkbar ohne eines der technisch raffiniertesten Geräte aus dem Arsenal der Astronauten. Den Raumanzug. Ingenieur Tom Chase hat sich auf die Entwicklung von Raumanzügen spezialisiert. Das Unternehmen, für das er arbeitet, hat ausgezeichnete Referenzen vorzuweisen. Es liefert die Schutzanzüge für die Astronauten an Bord der internationalen Raumstation ISS. Ich war noch ein Kind, als die Apollo-Missionen liefen. Ich weiß noch, wie Neil Armstrong den Mond betrat. Wir hatten extra schulfrei bekommen und saßen vor dem Schwarz-Weiß-Fernseher. Es war einfach fantastisch. Ich habe damals massenhaft Bilder mit Raketen und Mondlandefähren und Astronauten gemalt und mir vorgestellt, wie cool es sei, Astronaut zu sein. Ich bin hier, um das Horton Mars Project zu unterstützen. Meine Firma hat einige Prototypen zur Verfügung gestellt. Solch ein Analograumanzug hat meist ein reales Element, das getestet werden soll. Der Rest ist Attrappe. Hey, you look cute. Glad to get all the gals, come over here. Ein Raumanzug ist mehr als ein bloßes Kleidungsstück. Er ist ein hochtechnisiertes Gerät. Darin integriert sind zum Beispiel ein System zur Erhaltung der Vitalfunktionen, eine Schutzschicht gegen Gefahren von außen, sowie ein Kommunikationssystem, also ein Bordcomputer. Ein Raumanzug ist praktisch wie ein Miniraumschiff. Er ist das Einzige, das dich vom Rest des Universums trennt. Mit Hilfe dieses Prototyps will Tom herausfinden, was in puncto Funktionalität und Ergonomie noch verbessert werden kann, wenn die Wissenschaftler das Raumfahrzeug für Erkundungsgänge oder Wartungsarbeiten, sogenannte Außerbordaktivitäten oder EVAs, verlassen. Die einfachsten Bewegungen, wie sich zu bücken und einen Stein aufzuheben, waren in den Apollo-Raumanzügen mit einem enormen Kraftaufwand verbunden. Die Astronauten steckten in einer aufgeblasenen Hülle und mussten gegen den Überdruck arbeiten, um die Verbindungsstücke anzuwinkeln. Heute wissen wir, dass es nicht unbedingt das Gewicht des Anzugs ist, welches die Handhabung schwierig macht, sondern die Position des Körperschwerpunkts. Unsere neuartigen Raumanzüge sind hoffentlich sehr viel praktischer. Seit dem Apollo-Programm hat die Raumfahrttechnik einen Riesensprung gemacht. Die neuen Raumanzüge sind sehr viel ergonomischer als ihre Vorgänger. Ausgehend von einer einheitlichen Grundstruktur können sie an die jeweilige Aufgabe des Astronauten angepasst werden. Unter Toms aufmerksamen Blicken wird der Geologe Charles seine ersten Erfahrungen im Raumanzug machen. Ein Moment, auf den er lange gewartet hat. Ich habe heute unsere Geologen bei der Arbeit beobachtet und einiges dabei gelernt. Geologen entnehmen ihre Proben offenbar gern an Felswänden und dafür müssen sie klettern. Gesteinsbrocken, die auf dem Boden liegen, interessieren sie nicht. Deswegen müssen wir einen Raumanzug mit robusten Stiefeln konstruieren, die für eine Kletterpartie geeignet sind. Außerdem muss der Anzug flexibel genug sein, um den Geologen die größtmögliche Bewegungsfreiheit zu verschaffen. Das ist die Herausforderung für uns. Charles besinnt sich wieder auf die elementaren Handgriffe seines Berufs. Einen Hammer führen, einen Stein zerschlagen und ihn in einen Beutel stecken. Eigentlich Routine für einen erfahrenen Geologen, aber in diesem Fall mit Raumanzug und einer begrenzten Menge Sauerstoff muss der Wissenschaftler jede seiner Bewegungen genau überlegen und seine Ziele immer wieder überprüfen. Auf jeden Einsatz folgt eine Nachbesprechung, um möglichst frische Informationen zu sammeln, auf deren Grundlage gezielt neue Forschungsszenarien entwickelt werden können. In der Weltraumforschung wird nichts dem Zufall überlassen. Gab es Probleme mit der Ausrüstung? Hattest du zum Beispiel zu wenig Probenbeutel dabei? Nein, ich hatte genug Beutel dabei. Das Problem war eher die Größe. Die kleinen waren super und dann hatte ich noch sehr große. Zusätzlich hätte ich mir noch eine mittlere Größe gewünscht, etwa so. Ja, so wie der hier, der ist ideal. Um ein interessantes Gestein später genauer untersuchen zu können, wird es in einen beschrifteten Kunststoffbeutel gesteckt. Scheinbar ein einfacher Handgriff, der unter den Bedingungen der Schwerelosigkeit und mit Handschuhen aber zum Geduldsspiel wird. War eine Viertelstunde für deine Begriffe lang genug? Eine Viertelstunde ist frustrierend, das reicht bei weitem nicht aus. Ich habe versucht, mich an die Vorgaben zu halten, also die Gesteinsproben vor der Entnahme zu fotografieren und anschließend an die Fundstelle. Deshalb hatte ich dann keine Zeit mehr, mich weiter umzusehen. Was hat dich daran gehindert, deine Arbeit korrekt auszuführen? Es war ja nur eine Übung, um die ist irgendwie dumm gelaufen. Ich wusste zum Beispiel nicht, wie die Kamera richtig bedient werden muss. Der Blitz war eingeschaltet und als ich zum Auftakt ein Panoramafoto machen wollte, lud sich die Batterie volle 30 Sekunden lang auf, was mich total irritiert hat. Dadurch habe ich bestimmt vier bis fünf Minuten verloren, was bei einer Gesamtzeit von einer Viertelstunde ziemlich viel ist. Das ist ein interessanter Punkt. Wenn die Dauer des Ausstiegs zeitlich streng begrenzt ist, wirkt sich eine Verzögerung am Anfang negativ auf die restliche Zeit aus. Wenn du am Anfang fünf Minuten mit so einem Problem vertust, gerätst du in Panik. Eine Viertelstunde ist auf jeden Fall viel zu kurz. Eine halbe Stunde oder wenigstens 20 Minuten sind das absolute Minimum. Das ist ein sehr schönes Ergebnis, Charles. Das war sehr produktiv. Gute Arbeit. Solche Bodentests sind unabdingbar. Simulationen im Labor oder auf dem Computer reichen nicht aus, um einen Raumanzug zu entwickeln, der für die Erforschung der Mondoberfläche geeignet ist. Doch nicht nur für die Oberfläche des Mondes interessieren sich die Wissenschaftler, sie möchten auch wissen, was sich darunter verbirgt. Brian Glass tüftelt seit geraumer Zeit an einem Werkzeug, mit dem die Mondkruste angebohrt und ihre Zusammensetzung analysiert werden kann. Ich erinnere mich noch gut an Harrison Schmidts Mondspaziergang. Er war der erste Wissenschaftler dort oben. Er hat die Geologie mit der Weltraumforschung verbunden. Für mich ist er in vielerlei Hinsicht ein Pionier. Brian und seine Kollegin Joanna testen zurzeit einen Spezialbohrer, der, wenn er hält, was er verspricht, auch auf dem Mond eingesetzt werden kann. Die Mondkruste ist ähnlich hart wie der Permafrostboden auf Devon Island. Joanna und Brian wollen den Wissenschaftlern einen vollautomatischen Bohrer mit auf die Reise geben, der möglichst wenig Energie verbraucht. Ein solches Gerät würde kostbare Zeit sparen und damit zur Sicherheit der Astronauten beitragen. Es geht nicht, dass die Astronauten herumstehen und warten, bis das Gerät seine Arbeit getan hat. Es muss ohne menschliches Zutun Gesteinsproben an die Oberfläche holen können. Der Bohrer macht alles alleine. Er ist vollautomatisch. Mit dem Energieverbrauch einer 50-Watt-Glühbirne erfüllt der Spezialbohrer von Brian und Joanna nach nur wenigen Tagen alle Erwartungen. Geschafft! Ein Erfolg, der die Forscher für die vielen Entbehrungen fernab jeglicher Zivilisation entschädigt. Die Arbeit in dieser Umgebung ist ziemlich nervenaufreibend. Wenn etwas schiefläuft, müssen wir improvisieren, weil wir keine Werkstatt zur Verfügung haben. Das ist dann der pure Stress. Wir müssen mit dem auskommen, was da ist, und das ist herzlich wenig. Andererseits ist die Freude riesengroß, wenn wir ein Problem lösen können, und dafür lohnt sich die Mühe allemal. Und noch ein weiterer Lohn für ihre Mühen erwartet die Wissenschaftler auf Devon Island. Während der drei Sommermonate, die das Team in der kanadischen Arktis verbringt, wird es hier an der HMP-Forschungsstation nie richtig dunkel. Außer heute. Ein- bis zweimal in 100 Jahren bietet das Ballett, das Erde und Mond am Himmel aufführen, den seltenen Gästen auf der Insel ein ganz besonderes Schauspiel. Eine totale Sonnenfinsternis. Die Nacht dauert nur wenige Minuten. Nach dieser willkommenen Unterbrechung kehrt im Camp wieder der Alltag ein. Auf dem Programm stehen physiologische Untersuchungen zum Sauerstoffverbrauch der Astronauten während einer EVA. Marcelo, der Strahlenexperte, ist das Versuchskaninchen. Ich erinnere mich noch genau, wie wir 1965 in Argentinien eine der Gemini-Raumkapseln hoch oben am Himmel sahen. Ich war damals noch klein, doch den Anblick dieses winzigen Sterns, der unendlich weit entfernt über uns hinwegflog, werde ich nie vergessen. Dieses Bild trage ich in mir wie ein Virus, mit dem ich mich infiziert habe und das ich nie mehr loswerde. Drei, zwei, eins. Los! Marcelo simuliert einen Marsch auf dem Mond, um herauszufinden, wie sich sein Pulsschlag und sein Sauerstoffverbrauch in schwierigerem Gelände verändern. Auch bei der Apollo-Mission wurde die Herzfrequenz der Astronauten gemessen und Houston stellte fest, dass die Jungs ziemlich schnell völlig ausgepumpt waren. Sie hatten einen Puls von 180-200 und die NASA musste sie auffordern, ins Raumschiff zurückzukehren. Okay, der Commander Oxygen ist ein bisschen hoch. Die Astronauten bekommen solches Herzrasen, dass sie nicht mehr arbeiten können. Das ist ungeheuer frustrierend für sie. Dieser Faktor muss unbedingt berücksichtigt werden. Mithilfe von Marcelos Simulationsdaten sind die Wissenschaftler nun imstande, ein mathematisches Modell zu entwickeln, um den Sauerstoffbedarf während eines Mondspaziergangs in den neuen Raumanzügen des Constellation-Programms zu berechnen. Dies könnte entscheidend sein, wenn eines der Mondfahrzeuge ausfällt und die Astronauten gezwungen sind, den Rückweg zur Basis zu Fuß anzutreten. Dieser Metallzylinder unter Marcelos Arm enthält einen sogenannten Dosimeter, ein Gerät zur Messung von Radioaktivität. Seine vorrangige Aufgabe ist es, sicherzustellen, dass die Wissenschaftler und Mitarbeiter der Basisstation während ihres Aufenthalts auf der Insel keinen gefährlichen Strahlen ausgesetzt sind. Gleichzeitig soll geprüft werden, ob ein solches Messgerät auch den Astronauten auf dem Mond von Nutzen sein könnte. Denn dort ist das Strahlungsrisiko zweifelsohne sehr viel größer als auf der Erde. Solche Instrumente werden mit Sicherheit in der Mondstation und vielleicht auch in den neuen Mondfahrzeugen installiert werden. Die gesundheitlichen Risiken, denen die Astronauten während einer Mondmission ausgesetzt sind, reichen von genetischen Mutationen bis hin zu Krebs. Eine extreme Strahlenbelastung kann innerhalb von 48 Stunden zum Tod führen. Bei einer entsprechend hohen Dosis geht das sehr schnell. Kommt es auf der Sonne zu Eruptionen, können tödliche Teilchen zum Mond gelangen. Dann ist die schützende Basisstation für die Bewohner die einzige Rettung. Nur der Kürze der Apollo-Mission und den aufmerksamen Beobachtungen der Astrophysiker ist es zu verdanken, dass den Astronauten damals die verheerenden Auswirkungen eines Sonnensturms erspart geblieben sind. Doch noch eine andere, vermeintlich harmlose Gefahr lauert auf dem Erdtrabanten. Der Mond ist mit einer dicken Staubschicht überzogen. Diese ist das Ergebnis unzähliger Meteoriteneinschläge, bei denen das Mondgestein zu teils meterhohem Staub zermahlen wurde. Mondstaub ist extrem fein. Ein Staubpartikel misst weniger als ein Mikron. Das ist in etwa die Größe von Bakterien. Zudem ist er außerordentlich scharfkantig und darf auf keinen Fall eingeatmet werden. Wenn die Astronauten ins Raumschiff zurückkehren, gelangt der Staub mit hinein und das ist Gift für die Dichtungen der Luftschleuse und der Türen sowie für die gesamte Elektronik. Die neuen Raumanzüge für das Constellation-Programm werden maßgeblich dazu beitragen, dass der gefährliche Mondstaub nicht in die Station gelangt. Bei diesem Modell sind weder Schleusen noch Türen zu passieren. Der Raumanzug klingt sich direkt in die Außenwand des Moduls ein und bleibt draußen. Die Astronauten steigen über eine Rückenöffnung aus. Das ist mein Trimble GPS-Modul. Ich simuliere jetzt einen Mondspaziergang um die Basis herum und versuche dabei genau dem Plan zu folgen. Unter seinem Raumanzug ist Marcelo mit Sensoren übersät. Sie liefern dem Wissenschaftler neue Daten, um den Energieverbrauch des menschlichen Organismus während einer Außer-Bord-Aktivität zu ermitteln. Wir messen heute hier zum ersten Mal die Stoffwechselvorgänge eines Astronauten im Raumanzug. Wenn die Luftzufuhr abnimmt, mach dich sofort bemerkbar. Das ist sehr wichtig. Mach meinetwegen so, wedle mit den Armen oder setz dich hin, wenn du willst. Okay? Alles klar. Dann kann's losgehen. Diesmal absolviert Marcelo einen Test unter realen Bedingungen im Raumanzug. Wenn er diese Daten dann mit den Ergebnissen aus der Trockenübung, also ohne Anzug, abgleicht, erhält er einen Koeffizienten, anhand dessen er den Energieverbrauch eines Astronauten im Voraus berechnen kann. Damit werden die Wissenschaftler mögliche Probleme in Bezug auf den Sauerstoffverbrauch, den CO2-Ausstoß und die Kondensation in dem begrenzten Raum des Anzugs in Zukunft besser vorhersehen können. Die Nebelbildung im Raumanzug ist ein Problem, so alt wie die Raumfahrt. Trotz des ganzen Hightechs moderner Raumanzüge wurde bis heute keine bessere Lösung gefunden, als das Visier gegen beschlagen mit Flüssigseife einzureiben. Okay, so, you doing okay Marcelo? No rush, watch your face on the way in. On the right side, there you go. Okay. Okay. Jeder Raumanzug ist ein Unikat und muss speziell auf das jeweilige Gelände eingestellt werden, bevor er so funktioniert, wie es sich die Ingenieure vorgestellt haben. If you experience any headaches, any slight headache, let me know and we'll just bag it for a while. Nach einigen elektronischen Korrekturen arbeitet das Ventilationssystem wieder einwandfrei und Marcelo kann seinen Mondspaziergang fortsetzen. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. I guess you believe we're here now, huh? Now we believe here, we see you in person. That's beautiful. This has got to be one of the most proud moments of my life, I guarantee you. Das ist ein einmaliges Erlebnis. Wenn du hier auf Devon Island in dieser Mondlandschaft in einen Raumanzug steigst, dann kommst du dir vor wie auf einem anderen Planeten. Der kurze Polarsommer neigt sich dem Ende zu. Schon bald werden die Temperaturen auf minus 60 Grad sinken. In wenigen Tagen wird der Schnee verschwunden sein, doch die Zeit drängt für die letzte große Simulation, eine ausgedehnte Mondexkursion mit zwei Fahrzeugen. Pascal und sein Team besprechen letzte Details für den Ablauf der von der NASA angeordneten Mission. Die entscheidende Frage ist doch, bringt diese Geländefahrt wissenschaftliche Erkenntnisse? Es ist wichtig, dass wir uns bereits im Vorfeld über die wissenschaftliche Bedeutung der einzelnen Aufgaben einig sind. Die große Ähnlichkeit zwischen dem Krater auf Devon Island und dem Schäckelten Krater am Südpol des Mondes macht es möglich, eine Generalprobe durchzuführen, bevor die nächsten Astronauten auf dem Erdtrabanten landen. Wisst ihr, was die EVAs und die Geländefahrten anbelangt, hat sich nicht viel geändert. Tag 1, der erste Rover verlässt die Basisstation. Die Expedition um den Krater auf Devon Island ist die Gelegenheit, das von der NASA geplante Szenario auf die Probe zu stellen. Zwei bemannte Fahrzeuge sollen den Krater von beiden Seiten halb umrunden und im Idealfall nach zwei Tagen aufeinandertreffen. Hier wird der Treffpunkt mit dem zweiten Fahrzeug sein. An dieser Stelle kann der Rover gut halten. Ein malerischer Flecken, fast wie der Rand eines Mondkrates im Dauerschatten. Auf dem Mond könnte das alles Mögliche sein. Bei diesem Szenario stehen Effizienz- und Sicherheitsüberlegungen im Vordergrund. Zum einen lässt sich so ein größeres Gebiet abdecken und zum anderen kann notfalls ein Team dem anderen zur Hilfe kommen. Seit dem legendären Mondauto der Apollo-Mission hat die Rover-Technik gewaltige Fortschritte gemacht. Damals bot das Fahrzeug den Astronauten keinerlei Schutz und eine Fahrt damit war nichts anderes als eine EVA, eine Aktivität außerhalb des Fahrzeugs. Mittlerweile hat die NASA ein modernes Mondfahrzeug mit einer abgeschlossenen Druckkabine und eigenen Sauerstoffreserven entwickelt, in dem sich die Besatzung ohne Raumanzüge frei bewegen kann. Okay Leute, wir nehmen alles mit, was für eine solche Geländefahrt nötig ist. Also lasst uns mal die Checkliste durchgehen. Funkgeräte, Erste-Hilfe-Kasten, Schusswaffe, Quad-Polster, Quad-Abschleppseil, Quad-Ersatzreifen, Quad-Radnamen. Alle nehmen an der Expedition teil. Die Gruppe ist in zwei Teams aufgeteilt, um das Szenario der NASA nachzustellen. Geplant sind vier EVAs pro Team an vier verschiedenen Stellen, die zuvor auf Satellitenfotos geortet wurden. Team Alpha fährt mit dem Humvee, den Pascal und Andrew in Richtung Westen steuern. Drei Quads werden das Fahrzeug begleiten. Team Bravo besteht aus sechs Quads und bricht unter der Führung von Charles und Brian in Richtung Osten auf. In zwei Tagen werden sie sich auf der anderen Seite des Kraters wiedersehen. Bis zum festgelegten Treffpunkt sind es mehrere hundert Kilometer, die die Fahrzeuge mit maximal 16 Stundenkilometern der Höchstgeschwindigkeit eines Mondrovers zurücklegen werden. Doch im offenen Gelände ist es ohnehin ratsam, langsam zu fahren. Denn Straßen gibt es auf Devon Island keine. Und auch die unbefestigten Pisten enden wenige Kilometer vom Basiscamp entfernt. Eines der erstaunlichsten Phänomene auf Devon Island ist, dass ganz gleich, wohin du fährst, du mit Sicherheit der Erste bist, der einen Fuß auf diesen Flecken Erde setzt. HMP 7SFU-Base, HMP 7SFU-Combie. Während ihrer Reise durch die Mondlandschaft von Devon Island stehen die Teams in ständigem Funkkontakt mit der HMP-Basis. Im Augenblick geben sie alle 15 Minuten ihre Position durch. Wir speisen die Daten hier ins System ein und können so sehen, wo sie sich gerade befinden. Mithilfe der Software, die Nick entwickelt hat, kann die Route der Forschungsteams zunächst geplant und dann in Echtzeit bis auf einen Meter genau auf der Karte verfolgt werden. Team Bravo schlängelt sich durch die Schluchten, die den Krater umgeben und die durch die Schmelze des Permafrostbodens teilweise überschwemmt sind. Pascals Humvee hingegen erkundet gerade eine bislang namenlose Hochebene. Wie schon die Astronauten der ersten Mondflüge fotografiert Andrew, was das Zeug hält. Die Aufnahmen dienen unter anderem der kartografischen Erfassung, die Pflicht ist, wenn jemand in neues Gelände vorstößt. Dazu gehören die Lokalisierung interessanter Naturphänomene und die Benennung bislang unbekannter Orte. Ein Privileg, das ihren Entdeckern vorbehalten ist. Team Bravo wurde durch eine banale Reifenpanne aufgehalten. Sie sind mit Sicherheit die ersten Menschen, die dieses Tal durchqueren, das ihnen seinen künftigen Namen verdankt. Tal des Planeten der Affen. Ja, das ist gut. Das ist gut? All right. Das ist die Hose. Das ist die Hose. Copy, copy. Am Ort ihres ersten Ausstiegs angekommen, bereiten sich Pascal und Andrew auf ihren Erkundungsgang ins Gelände vor. Wie bei einer echten Mond-Exkursion müssen sich die beiden Wissenschaftler genau an die von der NASA vorgegebenen Sicherheitsbestimmungen halten. Für die Erledigung ihrer Mission steht ihnen exakt so viel Zeit zur Verfügung, wie ihr Sauerstoffvorrat zulässt. Genau wie einst bei der Apollo-Mission führt ein Mann die Aufgaben aus, während sich der andere bereithält, dem Kollegen zu assistieren oder zur Hilfe zu kommen. Der Ablauf einer Außer-Bord-Aktivität kann in einem kleinen Heft, das jeder Astronaut am Handgelenk trägt, nachgelesen werden. Die Apollo-Besatzung fand dort außerdem kleine Scherze, die die Ingenieure zu ihrer Erheiterung hineingeschmuggelt hatten. Mithilfe der Satellitenfotos und der Funkanweisungen von der Basis nimmt Team Bravo eine Abkürzung, um die verlorene Zeit wieder aufzuholen. Während Pascal und Andrew ihren Mondspaziergang fortsetzen. Pascal muss zunächst einmal einen Gnomon aufstellen, einen Schattenstab, mit dessen Hilfe sich später auf den Fotos die Originalfarben erkennen lassen. Der strenge Ablauf dient allein der Sicherheit der Astronauten und dem Erfolg der Mission, doch er kann auch zum Stressfaktor werden und den natürlichen Instinkt der Forscher ausschalten. Die Geschichte der Wissenschaft ist voll von glücklichen Zufällen, die zu großen Entdeckungen geführt haben. Der bisher längste Besuch auf dem Mond hat dreieinhalb Tage gedauert. Jetzt, wo die NASA Aufenthalte von mehreren Monaten plant, muss sie den Astronauten womöglich einen größeren Handlungsspielraum einräumen, um zu vermeiden, dass sie zu Robotern werden und interessante Entdeckungen übersehen. Der Humvee ist hier grün dargestellt und das Quart durch die orangefarbige Markierung. Nach dem, was wir zuletzt gehört haben, sind sie nur noch wenige hundert Meter voneinander entfernt. Der Humvee ist auf dem Weg zurück zu diesem blauen Kegel. Das ist der Treffpunkt. Im Großen und Ganzen hat sich das Szenario der NASA als erfolgreich erwiesen, auch wenn es nicht ganz leicht war, den Zeitpunkt des Zusammentreffens auf die Minute genau vorher zu bestimmen. Schließlich kann es in unbekanntem Terrain immer wieder zu Verzögerungen kommen. Nun werden sämtliche Daten zur Auswertung an die NASA weitergeleitet. Die Ergebnisse werden dann in die nächsten Testprogramme einfließen, wie zum Beispiel in die Simulationen mit dem Prototyp des neuen Mondfahrzeugs, die regelmäßig in Arizona stattfinden. Das ist Alpha. Da gibt es keine weiteren Aktivitäten, die wir uns überlegen. Wir werden überlegen und die Sim überlegen. Das ist ein sehr guter Job. Vielen Dank für die Unterstützung. Vielen Dank, Alpha. Auf dieser Seite, wir hatten eine gute Erfahrung. Ich glaube, wir haben viel zu erfahren. Das ist die Gründe. Over and Clear. It was an amazing day. And the weather was on our side. Woo! Yeah, it was perfect. Yeah, I'll dare. Completely unbelievable, but totally fun to watch. And we didn't get lost, and no one got stuck, and we dealt with ATV repairs, and we dealt with an area that really hadn't been traveled before, so we didn't have any tracks or roads. Für mich persönlich war dieser Sommer eine große Bereicherung. Vor allem wegen der intensiven Planung und Umsetzung solcher langen Geländefahrten, wie wir sie eines Tages auf dem Mond unternehmen werden. Die Mission ist beendet. Schon bald fliegen die Wissenschaftler zurück in die Zivilisation. Einerseits freuen sie sich auf den Komfort, der sie dort erwartet, aber der Abschied von diesem Ort, der so wenig irdisch anmutet, fällt auch schwer. Devon Island hat ihre Erwartungen nicht enttäuscht. Die mondähnliche Insellandschaft war das perfekte Testgelände. Die Forschungsgruppe geht auseinander. Nächstes Jahr wird ein neues Team in ihre Fußstapfen treten und die Tests mit neuer Technik fortsetzen. Nicht für jeden Wissenschaftler, der von einem Flug zum Mond träumt, wird dieser Traum in Erfüllung gehen. Doch jeder von ihnen kann mit Stolz sagen, seinen Teil zur Eroberung des Weltraums beigetragen zu haben. Pascal wird die Insel als letzter verlassen. Zuvor muss er die Basisstation abschließen und gegen umherstreifende Bären sicher machen. Doch in Kalifornien wartet bereits eine Überraschung auf ihn. Die schönste Belohnung für seine jahrzehntelange Forschungsarbeit. Natürlich ist es für mich interessant zu sehen, wie unsere Arbeit auf Devon Island in die Planung von Einsätzen mit dem neuen Mondfahrzeug einfließt. Das neue Mondfahrzeug, das die NASA entwickelt, ist der sogenannte SPR, der Small Pressurized Rover, der im Gegensatz zu seinen Vorgängern über eine abgeschlossene Druckkabine verfügt, in der sich die Astronauten ohne Raumanzug aufhalten können. Der SPR bietet eine Menge raffinierter Neuerungen. Nicht umsonst war der Leiter des Projekts eins selbst im All. Schleusen sind überflüssig, weil sich der Raumanzug direkt in die Außenwand einklingt. Das spart Zeit und Platz. Anders als das Mondauto der Apollo-Mission ist der SPR bewohnbar, eher wie ein geräumiger Campingbus. Man kann darin schlafen, essen und dank der großen Fensterluken sogar geologische Studien betreiben. Ich habe mich riesig gefreut, als sie anriefen und mir anboten, Crewmitglied an Bord des Rovers in Arizona zu werden. 400 Kandidaten hatten sich beworben. Doch ausschlaggebend für seine Wahl waren seine Erfahrungen aus der Mission auf Devon Island. Nach einem entsprechenden Training bei der NASA gehört Pascal nun zu den vier Menschen auf der Welt, die in der Lage sind, einen Mondrover zu fahren. Es war fantastisch, bei dieser Mission dabei zu sein. Für mich war es nicht nur der Lohn für das, was wir auf Devon Island geleistet haben, sondern für die gesamte Arbeit, harte Arbeit, die ich im Laufe der Jahre in das Mars-Projekt investiert habe. Seine aus der Leidenschaft geborene Beharrlichkeit hat sich für Pascal am Ende ausgezahlt. Vielleicht wird er 2020 einen NASA-Rover durch die Kraterlandschaft des Mondes steuern. Doch bis dahin erfordert das Constellation-Programm noch zehn weitere Jahre intensiver Forschung. Erst dann wird der Mond womöglich zum ständigen Vorposten weiterer Weltraummissionen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!